Was geht ab meine Freunde? Hier ist euer GeniaVogue3. Endlich kommt ein Giveaway von mir. Gott sei Dank, Alter. Und zwar erstmal vielen, vielen, vielen Dank für 1365 Abos. Stand 6.04.10.34. Sehr, sehr, sehr nice. Ich danke an... Die Grüße gehen raus an jeden einzelnen Abonnenten. Das ist einfach nur krank, wie ihr mich zur Zeit supportet. Es ist richtig Wahnsinn. Die Livestreams, die ballern, besonders wo ich besoffen bin. So, jetzt habe ich den Satz. Es ist einfach nur mega geil für den Support. Es gehen Grüße an jeden einzelnen raus. Ich will jetzt nicht alle 1365 Leute erwähnen. An meinen Wolfsrudel, die mich immer ständig unterstützen, die in der Infobox sind, beziehungsweise in meiner Abo-Box. Also danke, danke, danke. Es gehen alle Grüße raus. Oder es gehen Grüße raus an alle, die mich so geil supporten. Es war unfassbar. Ich habe vorgestern einen Raid von Benji bekommen. Benji, Grüße gehen raus. NoHandGaming, danke, danke an dich. Es war einfach nur mega nice. Ich war total im Schock. Es ist einfach nur krank. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen manchmal wirklich die Worte, beziehungsweise mir fehlen jetzt die Worte. Okay. Und ja, jetzt kommt das Giveaway. Also ich habe mir auf jeden Fall was Geiles ausgedacht. Und zwar ist es ja so, viele verlosen einmal ein Giveaway und das war's. Und dann kommt ein halbes Jahr nichts. Bei mir ist es jetzt so, ich habe mir richtig Gedanken gemacht. Und zwar ist es wie folgt. Ich verlose einmal Coins und ich verlose zweimal eine Qualifikation für den Knockout beziehungsweise für das Food Champion. Das bedeutet, Jungs, ich verlose jeden Monat, jeden Monat verlose ich 50k. Ja, 50k. So, zweitens, verlose ich zweimal eine Qualifikation. Genau, ich qualifiziere mich genau für dich. Also das bedeutet, ich habe nur einen Anspruch an dich. Du gibst mir deine Daten. Ich zocke für dich die Quali. Wichtig ist, du musst bis ins Halbfinale kommen. Ich zocke für dich Halbfinale und Finale. Und das zweimal, also bedeutet für zwei verschiedene Leute. Und ich werde es so lange probieren, bis ich es schaffe. Und dabei musst du mich unterstützen. Wenn ich merke, dass du mich sozusagen reinlegst und ich logge mich mit deinem Account ein und dann sehe ich, dass du nicht ein Spiel gemacht hast, wird sofort neu ausgelost. Sofort im Livestream. Ich mache dann Livestream und dann geben mir gewisse andere Leute die Daten. Und ich mache für den die Quali. Also Jungs, nochmal zur Wiederholung. Ich verlose jeden Monat, jeden Monat verlose ich 50k. Zweitens, verlose ich jeden Monat zwei Delly Knockoffs Qualifikationen. Also das bedeutet, was müsst ihr machen? Ihr müsst erstens das Video halt liken, ist klar. Und zweitens, ihr müsst ein Abonnent von mir sein. Drittens, schreibt in die Kommentare unten irgendwo, irgendwo da, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, Hashtag ich will coins oder irgendwie Hashtag Coins Auslosung oder Hashtag Qualifying Auslösung oder halt Qualifikationen. Damit ich dann die Kommentare, damit ich dann die Kommentare wirklich selektieren kann. Ihr habt eine Woche Zeit dafür. Nächste Woche lose ich das aus, beziehungsweise kommt die Auflösung. Und ja, das war es eigentlich Jungs. Kurz und knapp, kurz und knapp. Sind circa, weiß nicht, drei, vier Minuten oder so. Aber soll es ja auch nicht länger sein. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und vielen, vielen, vielen Dank für den kranken Support. Es ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und wir öffnen mal einfach drei Packs. Pack Nummer eins, Schrott. Schrott, Moseleira. Ich glaube, den haben wir schon. Ne, haben wir nicht. Okay, nehmen wir mit Moseleira. Und Pack Nummer zwei. Kommt auch nix. ZM. Oh mein Gott. Benat. Benat, Benet, Benat. Keine Ahnung. So, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und letztes Pack. Kannst du vergessen. Kein Walkout, nichts. Wird auch keine Birthdaykarte, keine große Steine. Schnuppe. Und wie ist das? Sportiello. Auch nicht im Verein. So Jungs, das war es. Als kleines Island noch ein kleines Pack Opening. Also. Das war es von mir. Vielen, vielen Dank für den geilen Support. Macht weiter so. Ihr seid einfach nur krank. Ihr seid fantastisch. Es ist einfach nur mega geil, SocietyTube zu machen. Und Grüße gehen natürlich raus an die ganzen Donator, an die ganzen Follower. Und schieß mich tot. Einfach nur mega nice. Das war es von mir. Wir sehen uns im Livestream. Haut da rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.